Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass wir auch im Jahr 2024 weiterhin bestrebt sind, dir wichtige und relevante Schulungen zu BMA und SAA anzubieten. Aus diesem Grund haben wir eine weitere essentielle Online-Schulung in unser Portfolio aufgenommen, Kompetenznachweis Akustik und Elektroakustik für Sprachalarmanlagen. Termin ist der Mittwoch, 12.06.2024. Seit dem Entwurf der DIN VDE 08334 vom Februar 2023 werden explizite Anforderungen an deine Fachkompetenz im Bereich der Akustik- und Beschallungstechnik gestellt. Diese sind unter anderem durch Qualifizierungen nachzuweisen. Diese Anforderungen werden in der Schulung detailliert aufgeschlüsselt und dir werden die erforderlichen Fachkenntnisse vermittelt. Die anschließende Prüfung zum Kenntnisnachweis wird dir nicht schwerfallen. Melde dich jetzt an und steige auf die nächste Stufe deiner SAA-Expertise.